Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Du wirst alles, was am gestrigen Tag und in der heutigen Nacht passiert ist, vergessen. Bist wieder die, die du warst. Deine Erinnerung erlischt mit dem gestrigen Morgen. Na? Hat dich dein alter Bekannter wieder nach Hause geschickt? Warum schubst du mich weg? Warum wohl? Was glaubst du denn? Dass du spinnst. Du kommst einfach wieder so her, als wäre nichts gewesen? Was soll denn gewesen sein? Wieso bin ich überhaupt da? Was hast du mit meinen Haaren gemacht? Bist jetzt völlig verrückt geworden. Wo ist meine Hose? Und wieso habe ich dieses Kleid an? Was hast du mit mir gemacht? Frag doch deinen alten Bekannten, mit dem du gestern abgerauscht bist. Vielleicht weiß der ja, wo deine Hose ist. Du bist ja noch perverser, als ich gedacht habe. Ja. Und wenn hier jemand in deinem Alter bekannter ist, dann bist das ab sofort du. 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 Untertitelung des ZDF, 2020